Ja ihr Lieben, endlich haben wir ihn bekommen, den ersten offiziellen Trailer zur zweiten Staffel von Jurassic World Chaos Theory. Wir haben jetzt wirklich lange drauf gewartet, wir haben uns verschiedene Daten gesichert. Ich meine, dass das Ganze eigentlich zu der Geek2Week von Netflix selber hätte erscheinen sollen, war irgendwie relativ offensichtlich. Aber nee, man hat sich aus irgendeinem Grund dazu entschieden, wir machen es einen Tag danach. Vollkommen egal, wir haben den Trailer jetzt gemeinsam live auf Twitch geschaut. Und in diesem Video hier werden wir alles, was wir da gesehen haben, einmal komplett analysieren. Wir gehen jetzt hier durch jeden einzelnen Clip durch und besprechen mal, was wir hier erfahren. In diesem Sinne, ja, es wird hier zu Spoilern kommen. Erstmal zur Staffel 1, logischerweise lässt sich jetzt hier auch nicht mehr vermeiden. Und auch Spoiler, die uns der erste offizielle Trailer zur zweiten Staffel verraten hat. Da werden wir auch nicht drum herum kommen, denn hier gibt es so ein paar Sachen, wo ich erneut der Meinung bin, das hätte man vielleicht nicht unbedingt in den Trailer packen sollen. Wenn dich meine komplette Reaction zu der ganzen Geschichte interessiert oder auch unsere gemeinsame Analyse, die wir im Livestream getätigt haben, dann schau doch einfach mal hier oben vorbei. Da habe ich dir meinen Reaction-Kanal verlinkt. Da findest du zahlreiche Reaktionen rund um das Thema Jurassic Park, Jurassic World. Logischerweise jetzt eben auch aktuell zu Jurassic World Chaos Theory Staffel 2. Aber auch Godzilla ist hier weiterhin vertreten. Und wenn du mal live mit dabei sein willst und live mitdiskutieren willst, dann lohnt sich vielleicht mal ein Blick auf meinen Twitch-Kanal. Dann habe ich die ebenfalls mal da oben verlinkt, aber auch unten in der Beschreibung. Und jetzt legen wir los mit dem Video. Die komplette Analyse zum ersten richtigen Trailer von Jurassic World Chaos Theory Staffel 2. Viel Spaß! Also um mal eins vorwegzunehmen, ich finde es immer wieder sehr amüsant und auch wirklich bewundernswert, wie viele Dinge die Animationsserie von Jurassic World besser macht als die Filme. Jetzt gehen wir sogar schon so weit, dass sogar das Marketing wesentlich cleverer ist. In welcher Hinsicht? Naja, da kann man vielleicht mal ganz kurz drüber reden. Der Trailer kommt relativ kurzfristig raus. Also relativ kurz vor Veröffentlichung der Serie, die uns nämlich am 17. Oktober auf Netflix erwartet. Der Trailer kam jetzt allerdings eine Woche vor dem 1. Oktober raus. Und ich schätze mal, dass wir nicht zwingend einen zweiten Trailer bekommen werden. Ich weiß nicht mehr genau, wie es bei der ersten Staffel gewesen ist. Ich meine, da hatten wir auch nur einen Teaser gehabt, der eigentlich nur das Intro gewesen ist. Und einen offiziellen Trailer. Ich schätze mal, das werden sie hier genauso machen. Und genau so sollte man das auch wirklich machen. Ich meine, auf der einen Seite, ja, jemand wie ich freut sich natürlich dann doch darüber, wenn ein Godzilla-Kong-Film rauskommt, der uns dann 95 Clips ins Gesicht schmeißt und wir alles besprechen können. Ist natürlich sehr contentfüllend. Aber für den Otto-Normal-Tobi, der einfach nur Bock hat, so eine Serie zu genießen, ist es natürlich wesentlich cooler, wenn wir vielleicht einen kleinen Teaser bekommen, der uns so ein bisschen unfixt, den wir jetzt ja auch hier bekommen haben. Und dann einen einzigen Trailer, der uns einfach zeigt, okay, darauf könnt ihr euch jetzt einstellen. Und das reicht ja komplett. Ich brauche jetzt keinen neuen Trailer mehr, der mir irgendwie verrät, Dinge, die wir halt jetzt hier gleich besprechen werden, die wir vielleicht noch nicht ganz genau wissen. Von daher, ja, die gesamte Struktur dieser Animationsserien, ich kann es nicht oft genug loben. Oft genug loben. Gerade auch, weil ich die Leute von euch immer noch überzeugen will, die noch ein bisschen skeptisch sind. Schaut euch diese Serie an. Die Charaktere sind unfassbar genial geschrieben. Der Story-Aufbau macht verdammt viel Spaß. Und Staffel 4 und 5 von Camp Cretaceous, die sind sehr spannend, immer. Wenn man darauf wartet, was Leute dann über diese beiden Staffeln sagen. Und Jurassic World Chaos Theory hat eigentlich damit begonnen, uns jetzt ein neues Konzept vorzuschlagen. Ein Konzept, das auch den Filmen ganz gut getan hätte. Ein Mystery-Thriller-Konzept. Ja, so ein Ding, das Colin Trevorrow uns eigentlich damals für Jurassic World Dominion versprochen hat. Das haben wir in der ersten Staffel von Chaos Theory bekommen. Denn unsere Helden sind von der Insel runtergekommen. Also einmal von der Isla Nubla, dann nochmal von der Mentakorp-Insel. Haben zahlreiche Abenteuer gemeistert, haben gefahren, überlebt. Und kommen jetzt wieder aufs Festland, kommen nach Hause, können ihr Leben weiter fortführen. Und plötzlich ist Brooklyn tot. Das hat uns zumindest die Serie und eben auch der erste Trailer von Staffel 1 damals so verkauft. In der gesamten ersten Staffel geht es jetzt darum herauszufinden, was geht da eigentlich gerade ab? Und ist Brooklyn wirklich tot? Beziehungsweise, was ist mit ihr passiert? Der große Cliffhanger von Staffel 1 ist dann der gewesen, dass wir herausgefunden haben, dass die DPW, die Organisation, die eigentlich die Menschen vor Dinosauriern beschützen soll, dass die ein bisschen, naja, die haben so ein kleines Korruptheitsproblem innen drin, in dieser Organisation. Die ist ein bisschen gespalten und Brooklyn lebt. Die hat allerdings ihren Arm verloren bei einem Vorfall mit einem Allosaurus. Der Arm wurde ihr scheinbar abgebissen. Und ich weiß noch, ich habe in irgendeiner meiner Episodenbesprechung von Staffel 1, da habe ich noch gesagt, Ich erinnere mich daran, dass in einer der letzten Folgen gesagt wurde, dass die Atrosi-Raptoren ihr den Arm abgebissen haben. Weil irgendwie ein Satz gefallen ist von wegen, aha, die waren das also mit dem Mädchen gewesen. Nach dem Motto, okay, die Atrosi-Raptoren haben ihr den Arm abgebissen. Jetzt sehen wir allerdings im ersten Trailer zu Staffel 2, das stimmt nicht. Nee, ihr habt alle recht gehabt, ich habe mich geirrt. Es war der Allosaurus. Der Trailer beginnt nämlich mit einer Flashback-Szene, in der wir sehen, wie Brooklyn am Boden liegt und sich mit dem Arm schützen will. Quasi als Reflexreaktion dafür. Ich meine, wir wissen alle, dass das hier, das würde, das wird Brooklyn nicht davor bewahren, dass der Allosaurus jetzt einfach wirklich den Arm abbeißt. Und wir sehen sogar, den Kopf des Allosaurus auf ihren Arm hinaus zuschnappen. Ja, Brooklyn hat hier wirklich durch den Allosaurus ihren Arm verloren. Und kurz darauf wacht sie geschockt auf und scheint in irgendeiner Art von Bett zu liegen. Hier kommen wir jetzt zu meiner ersten Theorie. Erstmal, ja, Brooklyn wird hier in dieser Episode wohl mehrere Flashbacks bekommen. Das zeigt uns der Trailer auch nachher noch ein paar Mal. Und wir werden nach und nach herausfinden, was Brooklyn alles erfahren hat. Sehr interessante Sachen. Und eben auch, was damals wirklich passiert ist. Was mich hierbei interessiert ist, wie ist Brooklyn da rausgekommen? Wir sehen nämlich später im Trailer auch nochmal einen Shot von einem schreienden Allosaurus. Und die Kamera geht langsam von der Szene weg. So als wäre die Kamera auf einem Auto montiert. Und das Auto würde gerade wegfahren. Und es hätte irgendeine Person Brooklyn gerade gerettet. Ich gehe davon aus, dass die Frau, die wir auch in der ersten Staffel zweimal gesehen haben. Einmal in der ersten Episode, einmal in der letzten Episode. Diese Frau, die bei der DPW arbeitet. Die auch erzählt hat, dass sie mal die Chefin von Darius gewesen ist. Bei der wir ganz am Ende herausfinden, dass sie Kontakt mit Brooklyn hat. Ich denke mal, dass sie Brooklyn gerettet hat. Dass diese Szene, wo Brooklyn hier aufwacht, ist irgendwo eine Stelle, wo sie von ihr wieder aufgepäppelt wird. Ich meine, sie hat ihren Arm gerade verloren. Und der Trailer zeigt uns auch später nochmal, dass wir noch ein paar Szenen bekommen, wo Brooklyn mit so einem Verband um ihren Stumpf herum am PC sitzt und nach irgendwas recherchiert. Das sind natürlich alles Flashbacks, die uns zeigen, was damals wirklich passiert ist. Und ihr habt mich auch schon darauf hingewiesen, beziehungsweise habt ihr mir die Frage gestellt, Tobi, meinst du, dass Staffel 2 überhaupt die Nubla 6 wieder zusammenführt? Und ich glaube tatsächlich, nein. Meine Theorie hierzu ist, dass uns diese Staffel wirklich noch einmal einen kompletten Einblick in das gibt, was mit Brooklyn wirklich passiert ist. Der mysteriöse Broker wird hier eine ganz große Rolle spielen. Und nein, das ist nicht Brooklyn. Viele von euch hängen sich so ein bisschen daran auf, weil ja die ersten drei Buchstaben gleich sind. Wir kommen gleich nochmal dazu, warum der Broker nicht Brooklyn sein kann. Das wird im Trailer nämlich auch ganz kurz mal angerissen. Ich könnte mir vorstellen, dass Staffel 2 einfach damit endet, dass wir sehen, wie Brooklyn auf den Rest der Gruppe trifft. Und dann bekommen wir einen Cut und dann kriegen wir irgendwann nochmal Staffel 3. Brooklyn wacht also von einem Albtraum auf, wo sie gerade quasi noch einmal das erlebt hat, was ihr damals wirklich passiert ist. Danach bekommen wir scheinbar einen Zeitsprung. Wir haben ihre neue Frisur, die ja auch für ein paar Kontroversen gesorgt hat. Ich habe schon so Sachen gelesen wie Klimakleberfrisur oder habe das vielleicht auch selbst von mir gegeben. Aber trotz allem sehen wir jetzt eben dann hier diesen Zeitsprung, wo sie einfach am PC sitzt und recherchiert. Und dann sagt sie was sehr interessantes, nämlich Also all das, was sie hier aufgedeckt hat, ist so viel größer, als wir eigentlich gedacht haben. Hier wird natürlich so ein Spannungsbogen aufgebaut. Und wir werden ein bisschen darauf hingearbeitet, was hier wirklich abgeht. Tatsächlich macht die Serie jetzt das, was ich wirklich gehofft habe. Wir steigen wieder in ein neues Mysterium ein, denn wir decken uns doch alle wieder. Was passiert hier eigentlich? Wir bekommen kurz danach von Brooklyn so eine Statistik vorgelegt, über die hatten wir auch schon live diskutiert gehabt. Wo wir die Überschrift lesen können, Dinosaur Death Report. Und da sehen wir dann eine Grafik und können leider unten die Jahreszeiten nicht erkennen. Das macht die Serie ein bisschen zu häufig, das fand ich auch sehr schade in Staffel 1, dass wir gar nicht die Chance bekommen, irgendwelche Easter Eggs vielleicht zu bekommen, auf die wir uns stürzen können. Weil alles, was hier geschrieben ist, sind eben einfach nur so geschnörkelte Schriften, ähnlich wie auch im Spiel Jurassic World Aftermath. Sowas finde ich immer ein bisschen schade, wird wahrscheinlich aber auch gar nicht mal so relevant sein, weil die Serie das wohl auch auflösen wird. Was hier interessant ist allerdings, ist eben die Grafik, die uns anzeigt, dass diese Dinosaur Deaths, dass die exponentiell ansteigen. Und zwar von jetzt auf gleich. Und wir haben uns darüber unterhalten. Ich habe gesagt, dass ich hier kleine Theorien in den Raum schmeißen will. Geht es hierbei wirklich um Dinosaurier, die Menschen töten? Oder geht es hierbei um Dinosaurier, die sterben? In diesem Report. Denn dann könnte man tatsächlich gucken, dass dieser Aufstieg dieser Grafik genau im Jahr 2027 hochgeht, wo ja Jurassic World Rebirth spielen soll. Und der Film soll ja davon handeln, dass Dinosaurier gerade am Aussterben sind. Vergesst die Theorie, die macht keinen Sinn. Zum einen befinden wir uns in Jurassic World Chaos Theory, ja nicht im Jahr 2027, sondern noch vor Jurassic World Dominion. Und zum anderen macht es viel mehr Sinn, dass diese Grafik sich auf das bezieht, was wir in Staffel 1 gesehen haben. Nämlich Dinosaurier, die Menschen angreifen. Hierbei geht es darum, dass es exponentiell mehr Dinosaurierangriffe auf Menschen gegeben hat. Mehr Tode durch Dinosaurier. Und diese ganze Nummer wird gleich noch sehr, sehr konfus, aber auch sehr genial. Das ist eine Sache, über die habe ich mir nie Gedanken gemacht. Aber die passt so perfekt in die Welt von Jurassic rein. Wir hören nämlich kurz danach auch Brooklyn, die den Satz sagt, If I gonna do this, I have to go all in. Also sie erzählt jetzt quasi genau das, was auch Kendys Vater in Staffel 1 erzählt hat. Wenn sie das jetzt macht, dann muss sie alles da reinsetzen. Und Kendys Vater hat ja erzählt, dass Brooklyn irgendwann zu ihm gekommen ist. Und sie war anders. Sie war gefährlich geworden. Diese Entwicklung bekommen wir jetzt hier in Staffel 2 also auch mit. Wir bekommen kurz danach einen weiteren Cut und sehen eine Person, die eine Velociraptor-Maske auf hat. Jetzt kommen wir zum interessanten Part, was die Serie jetzt hier wirklich einführt. Und ich finde erneut, das ist so eine geniale Idee. Warum kamen die Filme nicht auf diese Idee? Wir bekommen jetzt hier einen Dinosaurier-Kult serviert. Eine Sekte. Und natürlich würde es Menschen da draußen geben, die genau so reagieren würden, wenn Dinosaurier frei auf der Erde herumlaufen würden. Was genau diese Sekte vorhat, wird hier erst nochmal ein bisschen verschleiert. Ich denke mal, da wird es auch in Staffel 2 eher drum gehen, dass wir herausfinden müssen, was jetzt hier wirklich passiert. Brooklyn wird dieses Geheimnis aufgedeckt haben. Und ich schätze mal, dass wir aus der Sicht von Brooklyn in bestimmten Flashbacks dann auch erfahren, was das eigentlich für Leute sind. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir von dieser Sekte, die wirklich alle Dinosaurier, scheinbar alle Raptoren-Masken aufhaben, wenn wir da eine Person haben, die eine Velociraptor-Maske auf hat, von einem Velociraptor aus Jurassic Park 3, die muss nicht mal Alan sagen, aber die einfach redet. Das wäre für mich als Jurassic Park 3-Fan, glaube ich, da würde mein Fanherz aufgehen. Das wäre ein Easter Egg, das nochmal so ein schöner Seitenhieb auch wäre. Ich würde das cool finden und ich könnte mir vorstellen, dass wir sowas wirklich bekommen. Im nächsten Clip sehen wir dann scheinbar ein brennendes Gebäude oder zumindest irgendein Feuer und die Polizei kommt an, scheinbar aber zu spät. Wir bekommen wieder einen Cut auf den scheinbaren Anführer dieses Kultes, der eben diese Raptor-Maske trägt und er sagt etwas wie Das bedeutet in Deutschen so viel wie Das mag irgendwie der Plan sein, der für mich allerdings so ein paar Fragen aufwirft. Also inwiefern Dinosaurier-Liberation, wenn die doch frei auf der Welt rumlaufen, wenn ihr wisst, wie ich meine, das ist... Die hätten wir zu Zeiten von Jurassic World 1 gebraucht. Die hätten für den Ausbruch des Indominus Rex sorgen können. Das wäre eine coole Idee gewesen. Ich kann mir jetzt hier nicht wirklich einen Reim darauf machen, was damit gemeint ist und ich glaube, das soll auch noch so ein bisschen im Geheim bleiben. Auch hier kommt dann eben wieder die Frage auf, könnte das der mysteriöse Broker sein? Kann sein. In meinem Kopf ist es allerdings nicht der Broker. In meinem Kopf ist der Broker irgendwie ein Typ, der nicht mit Dinomaske rumrennt, sondern so ein Typ, der im Anzug und mit Whiskyglas da sitzt und die Strippenfäden hält. Warum der Broker sehr wahrscheinlich aber jemand ist, den wir bereits kennen. Da kommen wir gleich nochmal drauf, denn der Trailer geht ebenfalls darauf ein. Jetzt sehen wir, dass dieser Kult eine Botschaft aufgenommen hat und im Hintergrund, während diese Botschaft und eine Kamera gesprochen wird, sehen wir in so einer Fensterscheibe leicht die Spiegelung von Brooklyn. Die wurde also hier dabei entdeckt, während sie etwas aufgedeckt hat und das scheint irgendwie auch mit dem Angriff des Allosaurus zusammenzuhängen. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo ich gemeint habe, da hat der Trailer vielleicht schon ein bisschen zu viel verraten. Wir sehen, dass Ben ein Handy in der Hand hält. Dieses Handy ist scheinbar von einem Mitglied dieses Kultes, denn da ist auch das Video mit drauf. Es ist vielleicht doch einfach das Handy, mit dem diese Botschaft aufgenommen wurde. Und er sieht eben Brooklyn dann im Hintergrund und wundert sich, okay, Moment, Brooklyn ist noch am Leben? Denn alles, was wir hier sehen mit Brooklins Aufdeckung von dem Kult und sowas, das spielt alles nach dem Allosaurus-Angriff. Das kann man eben an ihren kurzen Haaren erkennen. Von daher macht es schon Sinn, dass sie hier kurze Haare hat, damit wir immer diese Zeiten der Schieder auch besser verstehen. Das könnte so eine Entscheidung gewesen sein. Und Ben findet eben heraus, ja, Brooklyn ist immer noch am Leben. Ich hätte mir so eine Szene, glaube ich, eher für die Serie selbst aufgehoben und nicht für den Trailer an sich, aber das eben auch nochmal so am Rande. Ben findet also jetzt heraus, ja, ja, Brooklyn lebt noch. Er erzählt es allerdings keinem der anderen. Warum? Das wissen wir noch nicht. Das wird uns dann erst die Serie verraten. Dann bekommen wir die Szene zu sehen, die wir bereits im ersten Teaser gesehen hatten, nur eben ein bisschen verkürzt, mit anderen Clips reingeschnitten, nämlich den sogenannten Majungasaurus, der auf dem Schiff Amok läuft, das wir am Ende von Staffel 1 von Chaos Theory gesehen haben. Und unsere Helden müssen von diesem Schiff flüchten. Wir sehen tatsächlich, wie sie in so eine Art von Rettungsboot, das ist so wie so eine Rettungswasserkapsel, flüchten und vom Boot runterkommen. Hierbei ist mir aufgefallen, dass das die einzigen sind, die von dem Boot runterkommen. Was bedeutet, dass entweder die gesamte Besatzung an Bord draufgegangen ist und gefressen wurde, oder dass auch die irgendwie korrupt da mit drinstecken müssen. Erinnern wir uns nämlich nochmal an dieses eine Foto, an dieses eine Poster zurück, wo wir eine Person gesehen haben, die auf so einer Empore auf dem Schiff steht und nach unten guckt. Und unten sehen wir dann, wie ein Blitz auf dem Schiff einschlägt und Darius vor dem Majungasaurus flüchtet. Ich schätze mal, dass wir hier tatsächlich auch jemanden an Bord hatten, der bereits dann für diese Manipulation gesorgt hat. Darius weist kurz darauf hin, dass sie bereits Sender vom Broker irgendwo an sich hatten. Es wird nicht genau gesagt, wo, ob es am Schiff war, ob es an der Rettungskapsel war, oder ob die Noobla Five diesen Sender irgendwo anstecken hatten, aber auf jeden Fall weiß der Broker genau, wo sie jetzt gerade sind. Was ihm dann ebenfalls auch die Möglichkeiten gibt, naja, die Noobla Five anzugreifen, indem er zum Beispiel einfach mal sämtliche Gehege auf diesem Schiff hacken lässt, dass die eben einfach aufgehen und hofft, dass unsere Helden jetzt hier bei eben gefressen werden. Und hier können die Spekulationen ebenfalls weitergehen. Wer steckt dahinter? Ich glaube kaum, dass der Broker höchstpersönlich auf dem Schiff war und das selber alles geöffnet hat. Ich glaube, das war ein Handlanger von ihm gewesen. Die Frage ist nur, wer war es? Denn wir sind ja eigentlich nur an Bord des Schiffes gegangen mit Leuten, denen wir eigentlich vertrauen. Jetzt kommt so eine Stelle, die ich auch nicht ganz verstehe. Da könnt ihr mir vielleicht in den Kommentaren weiterhelfen. Das Ganze, was jetzt folgt, kommt so rüber, als würden unsere Helden jetzt auf eine neue Insel geraten. Das sieht so ein bisschen so aus. Ich kann aber jetzt hier schon mal das Ganze entschärfen. Nein, die kommen nicht auf eine neue Insel. Die kommen irgendwo, ich meine, in Westafrika an. Das ist auf jeden Fall Afrika. Allerdings Afrika halt auch sehr groß. Ich meine, es war irgendwo Westafrika gewesen. Das haben wir bereits in der Plot-Synopsis, die offiziell von Universal herausgehauen wurde, zur Serie, zur zweiten Staffel. Da haben wir das Ganze schon erfahren. Die sind jetzt hier irgendwo in Afrika und wundern sich aber darüber, dass hier überall Dinosaurier sind. Dieser Satz, there are dinosaurs everywhere, der macht irgendwie keinen Sinn, weil sogar wenn das eine neue Insel sein sollte, würde es eigentlich niemanden wundern, wenn hier noch Dinosaurier wären. Wenn wir jetzt aber wirklich einfach in Afrika sind, auch dann dürfte es eigentlich niemanden wundern. Es sei denn, die Serie spielt jetzt wirklich damit und will uns verraten, ja, Dinosaurier haben sich schon verbreitet, so in den USA ein bisschen, und jetzt wundern sich aber dann unsere Helden darüber, die sind auch in Afrika? Wie kommen die jetzt hier hin? Und ich glaube tatsächlich, dass wir genau an diesen Punkt kommen. Denn eine der großen Lücken, die eigentlich niemand versteht, wenn man den Dino-Tracker nicht studiert hat, ist eine Frage, wie kann es denn sein, dass Dinosaurier auf der gesamten Welt verbreitet sind, obwohl doch nur so 15 Stück aus dem Lockwood-Anwesen ausgebrochen sind. Die Antwort darauf ist, dass auf der gesamten Welt Privatorganisationen begonnen haben, Dinosaurier selber herzustellen. Das konnten wir schon relativ früh nach den Ereignissen von Jurassic World Dominion, nach dem Kinostart, in der offiziellen Jurassic-Timeline nachlesen, mal wieder nur. Die Serie geht aber jetzt genau darauf ein, denn es wird ebenfalls gesagt, der Broker exportiert und importiert Dinosaurier nicht einfach nur. Also er handelt nicht einfach nur mit Dinos, die er irgendwo bekommt und weiterschickt. Nee, nee, der Broker erschafft eigene Dinosaurier. Erneut, ey, Daumen hoch für die Serie. Sie nimmt sich einfach Dinge, die du aus den Filmen nicht wissen kannst, wofür du einfach eine Timeline lesen musst und sagt, okay, wir erklären das einfach jetzt mal hier in der Serie. Finde ich eine supergeile Sache, bitte macht das auch in Zukunft irgendwie auch mit dem Amalgam-Testing. Und wenn es nur in dem Spiel Jurassic Park Survival ist, gibt uns das noch mit dazu, dass man das nicht einfach nachlesen muss, um es zu verstehen. Dann sehen wir Kenji, wie er sich zum Vollhorst macht. Also Kenji denkt, es ist eine gute Idee, zu versuchen, mit den Brachiosauriern Kontakt aufzunehmen. Das sehen wir dann zum Schluss im Trailer nochmal in so ganz vielen hektischen Clips, die so ein bisschen Action zeigen. Das geht einfach schief. Kenji schafft es tatsächlich, die Brachiosaurier aufzuschrecken und sehr wahrscheinlich wären fast alle wegen Kenji gestorben. Ist eine coole Aktion, ist so eine typische Kenji-Aktion einfach, die muss auch mal sein. Der hat in Staffel 1 irgendwie noch auf sich warten lassen. Haben wir da eine typische Kenji-Aktion bekommen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bekommen wir jetzt hier die Kenjigste Kenji-Aktion aller Kenji-Aktionen jemals. Hat er gut gemacht. Ach ja, und wir bekommen auch noch diesen Shot hier vom Brachiosaurus. Und der Shot ist natürlich eine bildliche Referenz an Jurassic Park 1. Und es ist ganz nett. Es wird einfach nur ganz kurz so eingeblendet. Von daher ist es nicht wirklich Fanservice, aber es ist ganz nett. Dann sehen wir hier im nächsten Shot so ein Dorf, so eine Dorfanlage, die komplett leer ist. Und was mir gar nicht aufgefallen ist, da habt ihr mich im Livestream drauf hingewiesen. Tobi, das sind wieder sechs. Die sind wieder zu sechst gerade da. Und ich habe mir gedacht, ach krass, stimmt, ihr habt vollkommen recht. Ja, scheinbar haben wir jetzt hier eine neue Person mit an Bord geholt. Eine Person, die mehr so als Guide durch die weiten Landschaften Afrikas führt, durch den Dschungel, in dem sie sich da eben auch befinden. Ich schätze mal, dass die Person so ein bisschen für Exposition da sein wird. Bin mir aber auch nicht sicher, was es mit ihr auf sich hat. Wir haben schon Theorien gehabt, ob es jetzt einfach eine neue Figur sein sollte oder ob es vielleicht Bens Freundin ist. Und wenn ihr jetzt rumschreit, nein, Tobi, nein, Bens Freundin lebt doch in Europa. Nein, das ist Bullshit. Guckt euch diese Szene noch einmal an, in welcher Ben erzählt, dass seine Freundin in Europa lebt. Da stimmt irgendwas nicht. Er erzählt es nicht einfach, als würde es stimmen. Er sagt das so, als wäre das eine Notlüge. Er stottert. Er sagt, die kommt aus Europa. Als würde ihm gerade diese Lüge einfallen. Ich bin mir sicher, da stimmt irgendwas nicht. Ob das jetzt hier wirklich Bens Freundin ist, ich weiß es nicht. Mir würde jetzt auch keine Idee einfallen, warum die einfach dann in Afrika lebt. Aber er erzählt halt Europa. Ich denke mal, dass wir einfach eine neue Figur geliefert bekommen. Aus verschiedenen Gründen. Merchandise. Was? Oder eben auch, um die Handlung ein bisschen weiter voranzubringen. Denn wir brauchen jetzt eine Figur, eine Person, die uns vielleicht ein bisschen Exposition liefert. Denn scheinbar ist es so, dass wir eine Forschungsanlage vom Broker zu Gesicht bekommen, die unterirdisch ist. Und zwar genau unter diesem Dorfbereich, den wir hier sehen. Das Ganze hat so ein bisschen Resident Evil Charme und ich liebe ja Resident Evil, die Spiele. Und da haben wir auch die Spencer Villa, die auf einem gewaltigen Labor steht. Und darunter ist dann eben das Umbrella Labor. Das haben wir jetzt hier scheinbar ähnlich. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, inwiefern der Broker vielleicht doch minimal oder vielleicht auch mehr mit Mentor Corp zusammenhängt. Denken wir nämlich nochmal an Staffel 1 von Jurassic World Chaos Theory. Hier hat Darius in Ben's Van so Notizen vorgelesen. Und eine von diesen Notizen hat gesagt, unterirdische Unterwasserlabore von Mentor Corp. Da bin ich mal sehr gespannt auf, ob wir das jetzt hier wirklich zu Gesicht bekommen. Oder ob man sich genau das vielleicht noch für Staffel 3 aufheben will. Dann sehen wir hier einen relativ kurzen Shot von dem Sucho Mimus oder wie Billy sagen würde Suchi Mimus. Und das will ich einfach mal ganz kurz ansprechen, dass das Design ultra geil aussieht. Ich habe auch im Stream schon zu euch gesagt, ich finde, dass das Design vom Sucho Mimus hier, ey, ich finde es fast geiler als den Spinosaurus. Ich muss es dann später in der Serie mal sehen. Wir haben sogar Unterwasserszenen mit diesem Sucho Mimus. Das kann schon ziemlich geil werden. Und es könnte passieren, ich will es jetzt hier nicht groß beschreiben, aber es könnte passieren, dass der für mich den Spinosaurus bei meinen Lieblingsdinos ablöst. Ja, ich bin da sehr oberflächlich, aber das Design von dem Tier sieht schon ultra geil aus. Dann sehen wir eben wieder sehr viel Dino-Action, die relativ schnell zusammengecuttet ist. Wir sehen ein paar Flugsaurier, wir sehen wie Darius und Ben vor einem Dino wegrennen, scheinbar vor dem Sucho Mimus. Jetzt hätte ich gerade fast auch Suchi Mimus gesagt. Mensch, Billy. Wir sehen den Sucho Mimus aber auch nochmal schwimmen, wie er scheinbar Yes oder Sammy jagt. Also auch coole Unterwasser-Action ist mit dabei. Dann bekommen wir eine Szene mit Brooklyn, wo ich mir gedacht habe, ey, ist das nicht eins zu eins, vom Shot her auch, die Szene, die eigentlich Claire in Jurassic World Dominion hatte, wo sie da vor diesen Tricera-Topsen wegfährt und dann knallen die so gegeneinander und sie fährt irgendwie ganz knapp durch. Kommt das nicht auch in Jurassic World Dominion vor? Weil so eine ähnliche Szene haben wir jetzt auch. Was hier genau passiert, kann ich nicht wirklich sagen. Die Brooklyn, die wir hier im Auto sehen, scheint aber auch nicht mehr diesen Verband um ihren Stumpf zu haben. Das heißt, ey, es kann eine Flashback-Szene sein. Ich habe mir irgendwie vorgestellt, dass das vielleicht so eine Szene sein könnte, die wir relativ zum Ende der Serie bekommen, weil sie auch in Eile ist. Als würde sie jemanden retten wollen, vielleicht kommt sie gerade ihren Freunden zu Hilfe. Ich kann es nicht genau einschätzen, dass mit diesen Flashbacks wird definitiv passieren. Vielleicht ist es eben auch ein Flashback, vielleicht aber auch einfach nicht. Und dann bekommen wir eine Szene, auf die freue ich mich. Ich habe in Staffel 1, da habe ich sogar in den Reviews schon drüber gesprochen und die ganzen anderen Reviews erscheinen noch vor Start der zweiten Staffel versprochen, dass ich finde, dass man sehr stark merkt, wie sie die Figuren in bestimmte Positionen bringen. Nur als Beispiel, wir bekommen mit, dass Kenji Brooklyn verlassen hat, aufgrund dessen, dass Brooklyn eben keine Aufmerksamkeit mehr für ihn hat und nur noch am Handy rumgedattelt hat, weil sie ja eben da etwas herausgefunden hatte. Aufgrund dessen, dass Brooklyn aber vermeintlich tot ist, stirbt dann auch erst wirklich Kenjis Vater. Denn wenn Brooklyn ihren Tod nicht vorgetäuscht hätte, wären sie nie auf die Suche nach der Lösung gegangen, hätten also niemals Kenjis Vater besucht. Dementsprechend wären dann auch die Atrosi-Raptoren niemals bei Kenjis Vater aufgetaucht und hätten ihn niemals umgebracht. Und ich habe schon gesagt, dieser Moment, dieses Trauma, was Kenji dann eine Episode später auch wirklich dann gezeigt hat, vom Tod seines eigenen Vaters, das wird nochmal eine Rolle spielen, wenn er auf die doch überlebende Brooklyn trifft. Was wir jetzt hier allerdings mitbekommen, ist eine Szene, wo wir sehen, dass Ben scheinbar verheimlicht hat, dass Brooklyn noch am Leben ist. Aus welchen Gründen auch immer, aber Kenji findet es heraus. Auch eine Sache, die man vielleicht im Trailer hätte nicht unbedingt zeigen müssen. Aber ja, wir bekommen auf jeden Fall mit, dass jetzt hier wirklich eine Freundschaft erneut in Gefahr ist und Kenji wirklich in Rage gerät und schon fast auf Ben losgeht, weil er das eben einfach für sich behalten hat. Brooklyn lebt. Und wir wissen jetzt durch den Trailer auch, dass unsere Gruppe das jetzt schon herausfindet. Durch eine Handyaufnahme und ja, das haben sie jetzt im Trailer einfach schon verraten. Es wird nicht dramatisch sein, aber ich denke mir, das wäre cooler gewesen, wenn wir eben nicht gewusst hätten, werden die es jetzt hier schon herausfinden oder eben nicht. Und jetzt wissen wir eben, ja, sie finden schon heraus. Dann bekommen wir wieder ein paar Action-Szenen zusammengeschnitten. Eine, die sehr interessant ist, ist hier die Szene mit Brooklyn, die scheinbar in ihrem Apartment von einem Raptor angegriffen wurde. Das heißt, dass dieser Anschlag mit dem Allosaurus auf Brooklyn selber nur der erste war. Die Frau scheint anscheinend noch mindestens zwei Anschläge überlebt zu haben, denn der Raptor kommt eben dann in ihr Apartment und wir sehen eben auch schon die kurzen Haare, wir sehen ihren Stumpf. Also das Ganze passiert nach dem Allosaurus-Angriff und sie muss fliehen. Wisst ihr noch, wo in Staffel 1, als Darius und Kenji in Brooklyns Apartment waren, wo da auch gesagt wurde, das wirkt irgendwie alles so, als wäre sie einfach weggegangen? Und das Geld, das auch noch da rumliegt, wo gefragt wurde, warum liegt das Geld immer noch da? Ich schätze mal, wir bekommen hier die Antwort. Brooklyn wurde einfach gejagt. Sie hat keine Zeit mehr gehabt, irgendwas mitzunehmen. Kein Laptop, kein Geld mehr. Sie musste fliehen aufgrund dessen, dass dieser Velociraptor jetzt hier als Waffe gegen sie eingesetzt wurde. Ja, dieser Kult, den wir vorgestellt bekommen, scheint Dinosaurier gezielt für Auftragsmorde zu benutzen. Was für eine geniale Idee. Das ist eine supergeile Idee, um nochmal ganz kurz auf den Broker zurückzukommen, weil ja gesagt wurde hier, der Broker, der verschachert nicht nur Dinosaurier, er erschafft auch Dinosaurier. Wisst ihr, was mir zuallererst im Kopf gekommen ist? Wen kennen wir noch aus dem Jurassic-Universum, abseits von Biosyn, Mentacorp, Masrani und Ingen, der oder die noch Dinosaurier erschaffen konnte? Vielleicht irgendwie so ein Privatunternehmen? Ja, Sayona Santos. Ob Sayona Santos jetzt wirklich der Broker ist und die Saurier selbst erschaffen hat, das bleibt nochmal abzuwarten. Aber, ich kann euch eins versichern, der Broker hängt irgendwie mit Santos zusammen. Deswegen verbinden auch die Atrosiraptoren Jurassic World Chaos Theory und Jurassic World Dominion. Egal, was da passiert. Und wir sehen ja auch, dass Sayona Santos wirklich Dinosaurier von A nach B verschachert. Das macht der Broker aber scheinbar auch. Das heißt, es könnte wirklich Santos sein, die ja auch schon mal früher angeleakt, angerüchtet wurde. Und ihr könnt mir jetzt gerne mal in die Kommentare unten reinschreiben, was ihr denkt. Ist der Broker Sayona Santos? Der Trailer endet dann mit Cyberpunk Brooklyn, die in einer extrem coolen Pose dasteht und ein Foto in so Feuer fallen lässt, wo ihre Freunde und sie selber noch drauf waren. Und dann sagt sie den Satz, I'm not the same Brooklyn you knew. Also ich bin nicht mehr die Brooklyn, die ihr mal kanntet, was uns eben zeigen soll. Ja, ja, Brooklyn mag nicht die Antagonistin sein. Das wissen wir jetzt durch diesen Trailer. Aber trotz allem könnte sie trotzdem eine Gefahr sein. Dieser ganze Satz von wegen, ich muss jetzt all in gehen. Wir wissen nicht, wie radikal sie das wirklich meint. Würde sie auch so all in gehen, um die Sache mit diesem Kult zu klären und dabei ihre eigenen Freunde in Gefahr bringen? Das war auf jeden Fall jetzt meine komplette Trailer-Analyse zu Jurassic World Chaos Theory Staffel 2 Trailer 1. Wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, schreib es mir in die Kommentare unten rein. Genauso wie deine Gedanken dazu. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und bin in diesem Sinne für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.